Natürlich mit dem Fahrrad abfahren oder abschreiten, aber da werden Sie zu keinem genauer Ergebnissen kommen. Sie müssen also Experten fragen, Sie müssen im Internet recherchieren, Sie müssen Landkarten durchgucken. Und das waren verschiedene Fragen, die hier zu erfüllen waren. Die konnte man nur beantworten, wenn man wirklich die Strecke auch zu Fuß mit dem Fahrrad, mit dem Moped, mit dem Motorrad, mit dem Traktor oder mit dem Auto abgefahren ist. Aber nichtsdestotrotz, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für diese Schirmherrschaft, habe ich natürlich gerne gemacht. Ja, der Möller hat schon vorweggenommen, Motorsportclub, oft verpönt irgendwo, das hat was mit schnellem, mit Reifenquietschen, mit Raserei zu tun. Ich kann es wirklich nur bestätigen, so eine Bildersuchfahrt. Musik 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 Applaus 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 Als nächstes was von Pink Floyd Das Stück Wish to War Here